Hallo, wir befinden uns hier auf der Hygiena-Fachmesse in Nürnberg. Was ist die Hygiena? Die Hygiena ist die weltgrößte Fachmesse für Erfinder, für einfallsreiche Menschen, für Inhaber von Patenten und Ideen, die ihre Erfindungen und ihre Möglichkeiten auf dieser Messe ein breitem Publikum zeigen. Wir sind hier vertreten mit der Format GmbH. Format GmbH aus Bielefeld, Mörlinghausen, ist spezialisiert auf das Thema Brandschutz, Brandschutztechnik. Sie präsentiert speziell hier auf der Hygiena 2012 die automatischen Fundanlagen für Übungs- und für Tendix-Fachmesse. Vielleicht bieten Sie Brandschutzseminare. Sie unterweisen Menschen als Brandschutzhelfer nach Arbeitsschutzbarer Kaffee sehen oder Sie bieten Sicherheitstraining. Sie schulen den Umgang mit Feuerlöchern oder Sicherheitsqualifizierung am Arbeitsplatz. Dann ist eine automatische Füllanlage für Übungsfeuerlöscher und für Trainingsfeuerlöscher für Sie ein unversichtbares Werkzeug. Denn jeder Teilnehmer sollte einmal einen Feuerlöscher von Anfang bis Ende benutzt haben. Die Übungsfeuerlöscher-Füllanlage ist komplett aus Rostroma im P-L-Stahl hergestellt. Ebenso wie die eigens dafür kompatibenden übungsfreuer Löscher. Ebenfalls innovativ ist, dass die Übungslöscher in diesem Fall einmalig von unten befüllt werden. Übungsfeuerlöscher müssen nicht länger geöffnet werden, müssen nicht von oben mit einem Schlauch arretiert werden. Die Anlage bietet drei Stationen, auf denen Übungslöscher während des routinemäßigen Einsatzes automatisch gefüllt werden. Was Sie dazu benötigen, ist schlichtweg ein herkömmlicher Stromanschluss, ist ein Druckluftanschluss von Minimum 3 Bar und ist ein herkömmlicher Wasseranschluss von ca. 1 bis 2 Bar. Da reicht ein Wasserhahn aus. Das komplette System ist made in Germany. Die Handhabung erfolgt einfach über Komforttasten mit integrierten Beleuchtungswäckern. Zur Nutzung des Übungsfeuerlöschers wird dieser, wenn er leer ist, schlicht und einfach auf eine der drei Stationen aufgenommen. In weniger als einer Minute ist der Übungslöscher wieder gefüllt und sofort wieder für den nächsten zu Trainierenden oder Schüler zum Einsatz bereit. Los geht's! Soll es sich Achtung Sie mal, Kassadea, Hochdruck noch drin. Achtung Sie mal, Kassadea, Hochdruck noch drin. Sie haben eine Reduktion des Transportaufwands für Übungsfeuerlöscher. Die Wiederbefüllung der Löscher geschieht im Handumdreh und per Knopf. Die Inbetriebnahme ist einfach. Das Gerät zeigt Ihnen die Befüllung automatisch an. Sie haben den repräsentativen Einsatz von modernster Schulungstechnik. Und Ihr Rücken wird geschont, denn das Gerät ist rollbar. Untertitelung des ZDF, 2020